Hallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei The Forest. Ich hab mein Weglichen hier vollgeschmissen mit den Baumstämmen. Ich schieb hier gerade einfach mal, weil ich halt so unglaublich männlich bin, 5 Tonnen Baum durch die Gegend. Und es ist halt da echt tierisch nervig, dass man nicht sieht, wohin man heizt mit dem Ding. Ich orientiere mich jetzt einfach mal an euren Namen und hoffe, dass nichts im Weg steht. Wie Bäume, Steine oder zu Not Inseln, die im Weg sind, wo man sich dann mal von oben die ganze Karte angucken kann. Das klappt auch immer ganz prima mit dem Wagen. Ist die Folge eigentlich schon raus? Ich glaub, die ist schon raus, oder? Die kam gestern, glaub ich. Gestern. Das war auch ein Traum, ne, die Folge. Also, boah. Vor allem war das ein Traum, dass ich da nochmal gewonnen hab. Das find ich echt super. Also ich fand's ja besonders sexy, dass ich es geschafft hab, quasi im Fallen... Äh... Ah. Im Fallen mir quasi den Wagen zu grabbeln, dadurch noch einen Baumstamm auf der Schulter hatte. Ach, das ist ja ein tolles Feature. Cool. Und, ähm... Dadurch halt beim Land nicht gestorben bin, was, naja, andere Menschen hier halt nicht so gut geschafft haben. Immer diese anderen Menschen. Schlimm, oder? Ich hab hier mal einen Wagen hingestellt. Vielleicht braucht den jemand. Mhm. Ich brauch den grad nicht. Ich hab jetzt zwei Fragen geklärt. Einmal wachsen Bäume tatsächlich nach. Ja. Und dann kommen neue. Tun sie. Und zweitens können Bäume tatsächlich abfackeln. Und sind danach weg. Ja. Nennt sich Brandrodung. Kann der Mensch schon seit ein paar Jahren. Ja, aber das waren die Fragen, die wir so hatten hier in Forrestes. Ja, stimmt. Gut, dass wir sie endlich geklärt haben. Ne? Freut mich auch immer wieder. Wir sollten das Kannibalen-Dorf ausräuchern. Ey, ist hier nicht so brutal. Eben, hallo? Die haben vielleicht auch Gefühle? Nein, das nicht, aber doch sehr. Ja, die haben Gefühle, mich zu töten, ja. Schön, ich zu fressen gern. Ja, das macht doch nix. Solange sie mir nicht ans Leder wollen, ist ja alles in Ordnung, ne? Äh. Es ist la... Hä? Da lag jetzt gerade bei mir ein toter Vogel im Inventar. Nein, lag er nicht. Geht er mit. Doch lag er. Nur wo kam der her? So, dann fähren wir den hier drin auch nochmal eben schnell, damit er mal wegkommt. Und da sollte ich gleich mal mein Inventar mit dem ganzen Zeug aus den Koffern vollmachen. Da hab ich nämlich immer noch nicht geplündert. Ich war hier so fokussiert darauf, hier die Gefahren abzuwenden, die unser Dorf bedrohen. Ne? Nicht so wie der Crew, der sich erstmal den Anst vollschlägt und... Er mag es mich einfach. Er mag es einfach. Ich mich dach, um mich hier auf die Palme zu bringen. Weil er genau weiß, dass er da nix drauf hat. Und dass er immer geschlachtet wird. Ja. Ja, wir kämpfen uns hier, weißt du, hier durch den Wald und werden getötet. Und der Crew, der sagt dann immer vom Flugzeug aus, links lang, rechts lang, da kommen sie. Da hinten ist die Taschenlampe. Oh, oh. Der ist halt schon... Der ist halt ein kleiner Egomaner, ist das halt. Muss man einfach so spielen. Der ist halt Fisi-Bubble seit hier. Fisi-Bubble, du bist mir auch so ein Fisi-Bubble. Nein. Du wärst ein Fisi-Bubble gerne. Nein. Welcher wie du. Ja. Und das wärst du gerne. Nein. Doch, du wärst gerne so gestört. Sei ehrlich. Ich bin doch gestört. Ja, aber nicht so. Wird aber geil. Kann der Baum jetzt vielleicht mal, äh... Nein. Da war keine Baumstämme raus. Doch. Äh? Obisch, bei mir kommen dann nur Stickies. Ja, es gibt eine bestimmte Größe. Wo aus Stickies, äh, Baumies werden quasi. Oh. Deswegen muss man die immer so ein bisschen auch in relativer Nähe wachsen lassen. Weil Bäume wachsen ja quasi, ne, im, im, im Zeitraffer. Da kann man richtig bei zugucken. Deswegen ist ja auch überall schon wieder das ganze Gemüse hier direkt vorm Tor hier. Das haben wir garantiert schon mal irgendwann weggehobelt. Ja. Dann müssen wir auch regelmäßig halt innen drin alles schön sauber halten. Also Gärtner müssen wir auch engagieren. Ich würde sagen, das macht einfach Kuh. Dann hat der nämlich auch mal eine vernünftige Aufgabe hier. Und muss nicht die ganze Zeit einfach nur sinnlos in der Gegend rumpalabern. Das ist eine gute Idee. Und ja, da steht ein neuer Baum. Schön. Ich sammle mal ein paar Zähne auf, damit das einfach mal ein bisschen ordentlicher wird hier, ne. Also, die muss man ständig hinter euch herwischen. Sagte er. Jede Nacht aufs Neue liegen hier überall die ganzen Reste rum. Ach, Mensch. Also, so sieht es bei uns dann im Wald nach Weihnachten aus. Überall liegen noch Essensreste. Ja, das macht ja nix. Und Zähnchen. Ja, genau. Die sind auch ganz gut, ne. Wenn man sich über Weihnachten wieder so mit nur von Süßigkeiten ernährt hat, dann braucht man auch mal ein paar Reservezähne. Ist halt einfach so. Vollen Pansen. Ja, und den auch. So, pling, plang, ploing. Ne, Gynnie, nicht das Ding mit der Axt hauen, das bin ich. Ne, ne, ich hab schon gesehen. Das ist gut. Bum, wir in den Wald. Da sind ganz wie Bäume. Ich mach hier mal, machen wir mal ein bisschen, ja, wir haben auf jeden Fall schon eine kleine Schneise hier geschlagen. Ach, ich hab da was gehört. Da steht einer am Wald. Ach, guck mal, wie schön. Ich geh den mal begrüßen. Hallöchen, wer bist denn du? Möchtest du mein Freund sein? Dann fass in die Axt. In vollem Galopp. Hau ich dir auf den Kopf. Pling, platsch, platsch. So, der ist auf jeden Fall bedient. Der hat auch, guck mal, der hat auch einen Kartenleser dabei. Der kullert gerade. Guck mal, ob passt. Bist du durchgezogen? Ah, super. Nur Mastercard. Die gehen halt echt nicht auf die Bedürfnisse von ausländischen Mitbürgern ein, nicht? Also, das ist schlimm. Nee, das ist klar. Vielleicht probier mal bei den Frauen. Ja. Vielleicht liegt es auch daran, dass die keine Visa nehmen, weil Visa ist ja Plural von Visum und wir sind ja hier im Ausland. Okay, der war jetzt richtig ranzig. Egal. Schön, dass du es erkannt hast. Ich muss bei Arbeit essen gehen, schnell. Ja, mach das mal. Ach, guck mal hier, der Sitz ist eigentlich auch schön so direkt hier vorm Tor, ne? Kann man sich so schön nachmittags mit der Flinte hinsetzen und darauf warten, quasi, dass die Nachbarn zu Besuch vorbeikommen. Guck mal, ich mach die Tür mal eben fertig, warte. So, jetzt kannst du durchgehen. Ich hab die Tür natürlich wieder falsch rum gemacht. Okay. Einfach aus Tradition. Weißt du, oh, da ist jetzt gerade ein Baum vor der Tür gewachsen. Den muss ich natürlich hier direkt mal dezimieren. Ich häng mal ein paar Lurche ans Eck, ja? Mach das mal. Ja? Soll ich dir mal was sagen? Sag mir was. Hier ist ein Baum im Baum gewachsen. Ein Baum im Baum, das ist quasi eine Baum-Section. Oh, drei, vier, fünf Pückel auf einmal getötet. Oh, ich bin so gut. Ähm, keine Ahnung. Also die Lurche, die waren aber auch mal agiler, ne? Ja, auf jeden Fall. Also das ist wirklich keine Herausforderung mehr, die zu jagen. Ja, Gott sei Dank. Karnickel aber auch. Ja gut, Karnickel ist ja jetzt nicht so, wäre jetzt nicht so das Problem, weil die laufen ja relativ konsequent auch in der Falle. Ja, früher bist du auch nicht hinterher gekommen. Jetzt geht's. Ja. Die haben halt, äh, die ganzen Reserven an agiler Pforte aufgegessen und naja, deswegen sind die nicht mehr ganz so schnell. So, bis jetzt ist alles recht ruhig hier. Hast du eigentlich gespeichert? Ja. Speicher bitte nochmal. Ja, speicher bitte nochmal. Das ist vielleicht eine gute Idee. Okay. Oh, 19 Federn, schön. 19 Federn hat der Kuh, ich werd verrückt im Nu. Ja. Ja. Hat du gerade Bäuerchen gemacht? Nein. Du alte Drecksau! Ach, wie kann er es nur wagen? Ja, hallo, es ist Weibsvolk anwesend hier, ja? Du? Ja, auch. Wenn ich ein Mädchen sein möchte, dann ist das als Mann mein gutes Recht. Der muss aber noch ein bisschen was ab. Macht nix. Wächst bestimmt nach. Stimmt. Sind die blauen Bären gut? Ja. Dunkelblauen sind gut. Ja. Dann sollte man den Busch vielleicht nicht weghacken, was ich gerade getan habe. Naja. Oh, hier ist ein Respawner direkt bei uns, ne? Ist schön. Im Lager, wenigstens. Im Lager. Oh, das ist natürlich immer praktisch. Oh. Hallo, Crew. Oh, hallo. Rennen wir ruhig mit der Axt ins Gesicht, das macht gar nichts. Ja, wir haben ja anscheinend nicht. Nein. Oh, und so wie sich das anhört, ist das gar nicht so wenig, hör mal. Nein. Ich wünsche euch viel Spaß. Ja, das dachte ich mir. Will, was? Damit sind wir wieder beim Thema. Wir haben hier die ganze Arbeit und Crew macht halt einfach, was er will. Auch immer kann ich diesen Baum jetzt nicht schlagen. Habe ich gerade auch das Problem? Kann das sein, dass unser Hoster irgendwie gerade vermasselt hat? Nee, Hoster ist voll in Ordnung. Stimmt auch wieder. Ja, ist er rausgehört. Alter, was ist denn da draußen für ein Getümmel, ey? Oh nein. Um OMG, OMG. Hier ist ja nur Blinkblowing. Wo seid ihr überhaupt da? Also, ich bin im Dorf. Ich bin in Sicherheit. Macht euch um mich keine Sorgen. Komm mit. Ich muss mal ganz schnell was essen hier. Ich komme mit. Übrigens, die Tür ist falsch rum. Ja, habe ich doch gesagt. Schön, dass du mir zuhörst. Übrigens, die Tür ist falsch rum. Ja, habe ich doch gesagt. Schön, dass du mir zuhörst. Wollte ja nur mal sagen, dass die Tür falsch rum ist. Warum hörst du mir nicht zu? So. Ach, du grüne Neune. Sechs Mann. Nur, ich habe gedacht, das wäre jetzt eine Bedrohung hier, ey. So sich das anhört, ey. Wie so ein ganzer Saar voll wild gewordener Pianisten. Auf der einen Seite. Oh, jetzt wird es dunkel, ne? Das heißt, da wird noch mehr. Ja, kommt hoch. Hier. Boah, nee, ey. Das ist bestimmt unmoralisches Angebot. Aber so weit. Wolltest du nicht hier die Dings drin behalten? Bäume. Ja, die wachsen noch nach. Da sind sie. Ja, ja. Oh, hat gerade ein bisschen geruckelt hier, ne? Ich würde mal sehen, dass du hier hochkommst. Ganz schnell. Jetzt sind sie am Flieger. Die singen das Fliegerlied. Und die fliegt, fliegt, fliegt immer wieder. Alter, du solltest echt mehr davon nehmen. Ja. Die Dosis reicht nicht mehr. Ganz viel. Oh, oh. 12.000 Volt, Mann, kommt rein. Guck mal. Das ist aber ganz schön knapp an der Kante, wo man dann immer hier dann oben stehen bleibt. So. Drei Männer alleine auf der Plattform. Das ist eigentlich der ideale Zeitpunkt, um einen kleinen Cut einzulegen. Ich würde sagen, wir sehen uns einfach morgen in der nächsten Folge. Und, äh, Ich denke, wir werden einfach die Nacht mal skippen, weil da ruckelt es sowieso ein bisschen stark. Und wir werden jetzt eh nichts machen, als hier feige oben hier auf der, auf der Lauer zu liegen. So, ich bedanke mich für das Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid morgen wieder dabei. Äh, mir hat es Spaß gemacht. Und wir werden, naja, vielleicht ist es nicht ganz so versagen wie die letzten drei Folgen. Also, rein gehauen. Bühüh.